ja hallo freunde hier bin ich wieder und es geht jetzt weiter hier in mittelerde ich habe die ganze zeit hier gestanden und wir haben da oben ein gegner ich wollte sagen wir haben noch schönes wetter hier moment den da oben den will ich mir doch mal da runter holen denn ich habe heute noch kein runter geholt hier ich brauche endlich fleisch ja das ist ein bisschen zu weit weg warte mal so hast du das gehört nee was denn so so was haben wir denn hier das ist ein bisschen zu weit weg und 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 ich wollte nur noch gucken dahinten das du mich im alter so ja 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 so big hauer kopf ab wo er macht da haben wir denn hier 50 belohnung ein buch da oben sprich ist ruhig aus warum zwingst du mich dazu hirgern daran bist nur du allein schuld du hast mich angefleht dir die wörter an meinen büchern beizubringen das bereue ich jetzt welchen nutzen hat die schrift hier im motto hier sie dir das an eine nachricht für dich liebste sei mein leib versuch es noch einmal oder wein wein ja hirgern ich bin dein ok ok Ne, oben kann ich nicht erkennen was das sein soll, aber es ist bestimmt auch eine Fantasieschrift oder sowas. Gut, dann machen wir weiter. So, das gab 50 Punkte. Wir haben den Ausgestoßenen die Möglichkeit Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange es ein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Okay. Ein alter Mann, ein Hauptmann, Macht 4 hat er, oder wie? Er hört auf die Frage in seinem Kopf. Tja, dann sollte man ihn vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in die Anstatt bringen oder sowas. Der scheint nicht soweit zu sein. Gut, irgendwer hat mich gesehen. Ich glaube, der hat sich etwas bewegt. Moment. Muss ich mir da schon wieder einen von oben runter holen, oder wie? Wahrscheinlich raten. Gut. Hallo, kennst du den hier? Kommt einer von hinten und sagt, geh mal runter. So. Gut, da haben wir Pfeile, aber wir, genau, ich habe hier 6. Vorher hatten wir 4. So. So. Ich sage, so, von hinten kann ich das am besten. Klinge, grünen Klinge. Made, lauf nicht davon. Oder ich hab deine Beine ab und lass sie den Boden rot färben. Ach ja. Pass mal, dass ich dir nicht irgendwas abhacke. So, wer kommt hier hoch? Will hier keiner hochkommen? Ich bin bereit. Vorsicht, nicht verlagen, bin ich aufkläder. Was denn? Wärst du dessen würdig, so würde ich dir auf dem Übungsplatz begegnen. Weichhaut. Gut. Noch ein Gegner. So, du kannst gleich wieder runter. Und der dritte Gegner. Ach ja. Oh ja, oh ja, oh ja. das war doch gar nicht weit du habe ich da gerade etwas gehört die ganze energie das ist aber viel gott event ist und nicht dran aber nur zwei der daneben stehen er kann ich den kämpf ich dich treffen warte mal ich brauche erstmal hier eine pflanze im moment sehe ich keine da auch wieder welche die sind zu nah das mit einem genuhaushal mit 1 jetzt brauche ich da nicht mehr in den pfiff decken boah heiler gleich drei bosse kann man sagen was arbeitet ihr denn liebe wie ich nur schlachten oder was noch ein stück höher ich nehme dich erst mal einer weniger aber was haben wir da wenn käfig ja was denn wieso kann ich da jetzt nichts machen das ist nur ein bisschen zu viel hallo darf ich mal durch da sind wir dann doch zwei leute zu viel ich kenne die verstärkung aber den käfig jedes mal zu treffen ist dann doch nicht so ganz einfach vielleicht hallo kann ich mal kurz in ruhe lassen ich habe doch gedrückt so das ist nicht so einfach was die mit einem treffer abziehen können boah das ist so gemein keine ahnung das war dann hier so wenig flach was die mit einem Halleluja. Oh, da kommt noch, das gibt's ja nicht. Der Hauptmann sagt, wir sollen uns bereit machen. Da, ich seh' ihn, da drüben! Boah, Alter, warum sind das denn immer so viele? Da, ich seh' ihn. Da, ich seh' ihn, da drüben! Da, ich seh' ihn, da drüben! Der Feigler ist ein noch größerer Feigling als eine Maus! Der Tag hat wohl Angst bekommen! Da, ich seh' ihn, da drüben! Da, ich seh' ihn, da drüben! Na? Gut, dann guck mal, ob ich mich finde. Ich haute mal Ärzte! Oh Gott, ey! Ich zerbreche jeden einzelnen Knochen deines Körpers Schrag! Wir sind ja nicht bei der WWE, ey! Ich brauch' sie nicht so eingeben! Das werden immer mehr Totenköpfe, ey! Ich wollte erst mal nur einen haben! Jetzt haben wir uns zöhnt, ey! Oh, ne! Warum sind immer so elend viele, ey! Ich würd doch nicht so viele Bosse töten müssen! Lieber so nach und nach! Okay, der eine ist immun! Wow! Ja! Ey! Schmeiß' mich doch nicht mehr weg! Hallo! Schmeiß' mich zweimal durch die Gegend, ey! Oh, ey! Da hast du dir ein Boss ausgesucht und auf einmal hast du dann fünf Gegner, ey! Boah, das ist so unfair! Wieso ist der jetzt da tot? Voll Langeweile, oder? Hm! Komisch! Na ja! Aber ein weniger! Trotzdem komisch! Hallo! Nein! Oh! 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 Komm! Hallo! Alter, guck dir das an, was ist denn mit Eintreffer? Ey, volle Energie! Ey! Was ist das denn, ey? Eintreffer und zack, ist die ganze Energie weg, ey. Boah, das ist doch nicht normal. Du Lümmel, du. Alter, was ist denn das für einer, ey? Hä? Hast du den Eintreffer in deiner Nähe? Ey, kannst du kaum was machen, ey. Hebt er dich erst mal hoch? Und schon wieder die Energie... Alter, was ist denn das, Mann? Jedes Mal muss ich hier so viele Pflanzen sammeln, ey, wenn da tausend Gegner sind, ey. Geh doch da runter. Ach, das waren die Pilze. Boah, das ist doch nicht wahr, ey. Und jetzt machst du da einen Gegner gucken, wo der ist, der, machst du dann fünf und dann kommt noch einer um die Ecke. Mann, ey. Okay. Äh, komm da wieder gleich. Boah, das ist einfach nicht wahr. Ach, Alter, was? Ja, hier sind jetzt wieder zwei. Ich werde dich so sehr zerquetschen, dass du denkst, dein Grauk hätte dich totgetrappelt. Äh. Jetzt da hinten auch wieder zwei. Das nimmt ja gar kein Ende. Das wird ja immer mehr, statt weniger. So kannst du die Bosse nicht richtig vernichten, ey. Dann kommt irgendwo einer um die Ecke und sagt auch, hallo. Ey, bevor du den ersten da kaputt hast, dann kommt wieder einer. Alter, von da an kommen 100 Gegner, von hier kommen 100 Gegner. Wie sollst du denn da jemals gegen ankommen? Ach, ja? Ich wette, ich hasse dich mehr. Wir können uns streiten, wenn der Krieg erworben ist. Hab ich mir wohl nur eingebildet. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. Den einen kann man mit die Feile da nicht machen. Vielleicht ist da jemand umher? Los, bevor es abhaut! Dabei wollte ich doch mal die Klinge ausprobieren. Was ist da oben? Ich habe ein paar nachtwürdige Spuren entdeckt. Ja? Alter, das kannst du gar nicht machen, ey. Das sind so viele Gegner, ey. Und einer brauchte ich nur einmal treffen. Hast du echt die ganze Energie weg, ey. Alter, das sind ja echt 5000 Milliarden Gegner, ey. War das der hier? Okay. Da hatten wir auch mal ein Kümmerling. Da hatten wir auch mal ein Kümmerling. Ah, kann man das ja oben nicht einsam, ey, weil da wieder 100 Millionen Gegner sind, ey. Müssen wir die jetzt mal weit weg locken. Müssen wir die erstmal weit weg locken. Das ist echt nicht so einfach. Das ist echt nicht so einfach. Das ist echt nicht so einfach. Das ist echt leichter. Ich kann ja mal zeigen, wie meine Frau besteigt, äh, ich meine, wie die ein Pferd besteigt, äh, oder so. Die Befehle unseres letzten Hauptmanns waren alle sagen Schwachsinn, aber ich mag den neuen Anführer. Das ist echt nicht so einfach. Ich weiß nicht. Das ist echt ein paar Bilder. Wir machen die Kollegen in der damen, äh, ich weiß nicht. Hm. Das könnte einfach so mal abwehren ey, dann springst du auch auf 50 Meter Höhe runter? Nö, das könnte einfach so abwehren. Das gibt es nicht, wie stark die sind ey. Ja, kommen wir jetzt mal wieder 100 Gegner ey. Ach Leute, ich kann doch auch nicht so viel Verstärkung hier holen. Hallo, wo bist du denn ganz hoch? Oh Mann, oh. Also mal gucken, ob ich da was machen kann mit dem Infos sammeln. Können wir irgendwo eine Infos sammeln? Der sieht dunkel aus. Nein, der ist hell. Aber der hat trotzdem eine Info. Okay. Alles klar. Und tschüss. Ja, da hatten wir einen Berg weniger. So. Waren das jetzt die Gegner, die ich da... Ne, das ist noch einer. Und noch einer. Ich guck hier nochmal nach oben. Welcher ist das? Keine Ahnung. Mal gucken. Cool. Aua. Was haben wir wieder so viel?! Äh, den hab ich getroffen, aber Oh, das ist doch nicht möglich, ey. Oh, Gott, ich komm nach hinten nicht rüber, ey. Wiedersehen. ja hallo guten tag ich auch machen wir zu stellen wieder so weit da wo ist der länge wieder ich da ich drückte von ewig zu dreimal getroffen ja noch mal das gibt's nicht doch zu sich stehen dass da einer ist und dann drückt so hat dreieck so nach hinten hauen kann und dann leute dreieck aufhören und kannst nicht nach hinten haben willst du immer nicht so wieder zwei neue gegner da mal wieder drei noch dazu deine mutter die hat mal geklappt nein nicht wenn er wieder 100 million gegner ich will doch da hoch stehst du da kann nichts machen das ist so furchtbar dann 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 da wo ist denn da wieder zwei von den bossen da Da wollte ich doch gar nicht, ey. Ja. Du kannst dich ja auch da nicht bewegen in dem Moment, ey. Du musst erstmal lange Zeit das Ding da ansaugen, ey. Boah, Gott, ey. Ich will doch nur die zwei Gegner da haben. Äh. Ne. Da oben kannst du nicht da die Stalkdinge machen, ey. Da lässt er sich dann ver... Alter, ey. Das kriegst du nie hin, ey. Das wird nie was. Die Gegner werden immer mehr. Da kannst du drei weghauen, ey. Kommt wieder 100 neue, ey. Da wieder mal drei, wir kommen wieder 500 neue. Alter, guck dir das an, ey. Das geht nicht. Bist du die zwei da mal weg hast, die du haben willst, ey. Brauchst du 100 Folgen, ey. Das ist doch nicht wahr, man. Den hole ich mir. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Da, 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 da. Mann, 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 Mann. Alter. Jetzt kommt von der Seite auch noch mal 3000 Stück, ey. das ist einfach wie viele gibt es denn hier sag mal wieviel könnte ich denn da ansammeln geh doch da hoch wie bleibt er denn da stehen alter das ist ja wahnsinn wie viele gegner da immer kommt das ist der gegen angriffe oder das ist der menschenbrecher dass ihr mut gegen angriffe aus der ferne star kuga das ist nicht wahr kannst du den nicht verhören aber da hatte ich einer wieder getroffen hat nein da geht das mal nicht mehr das gibt es nicht ja genau kommt von dann auch noch mal 200 hallo wer braucht denn von ihr eine pflanze zum heilen voller gegner sieht man die pflanzen die auf der karte alter überall sind so viele das kann doch nicht wahr sein ist aber ja deine hose hier hat das was wo ist denn jetzt mein gegner hallo du bist ja ganz alleine was soll das denn ich kann da nichts mehr das gibt es doch nicht ich darf vor diesen holz kann nichts machen geben wir mal ein paar punkte ja du hässlich jetzt viel das waren wir hier aber egal und noch einer fahrrad so alter jetzt kommt da ich hab doch na haben wir das in dem moment überhaupt nicht machen kann gut die hinter die kann man halt nicht mit feine waren weil der immun ist was sagt meine uhr gleich 44 minuten ok der geht da hinten ich dachte ich hätte ihn dort gesehen du grund wie so ein schwein ach gott kommen wir nicht so wieder auf die karte mal ich hab so große finger er ist mal wieder weg da kommen wieder so viele ja ich bin über euch ich muss doch erstmal weg ja mann 1 2 3 4 5 6 25.000 gegner keine ahme treffen wir der kann nicht getroffen werden damit feide das macht ihn nicht und von oben auf ihn drauf bringen das kann da auch aushalten hallo schade da 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 das ist ja so wunderschön wohl auf ihr denn ich bin nur hier da eine grundservierung schwein so ich weiß ich kann von oben nicht drauf bringen dafür nehmen wir dich da ist hier schlimmer wie dark top 3 nein du hast noch nie verloren denn können wir das ja mal ändern aber im moment du kommst eine ganze haute zombies an ja so kommt das ein vor das hier so eine arena 1 2 3 4 ich bin alle da runter wie die lämmige bei ihm schmeckt alles nach schrack boah alter bringe ich ihn halt um wenn er zurückkommt das hier ist mit ein bisschen beruhigen so viele gegner sind nein hinterher vorher hallo aua mir warum denn ich weiß da war eben eine pflanze aber die waren zu nah hinter mir boah hilfe der hauptmann ist schon wieder abholt das meint ihr könnten wir alles anstehen moment ein blutiges gemäßel ich hab das alles holt uns einen sklaven zum fressen bevor wir stehen das ist der tag es ist der tag alle auf einmal bei der wieder geschützt oh gott kann ich wieder nicht dagegen haben das gibt es ja nicht das ich das nicht treffen kann man nicht einmal wieder davor bin ey man ich muss das ja 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 ist da jetzt doch noch einer durchgekommen da hat der doch aufgeläufelt ey das gibt es nicht auf dem weg nach unten irgendwie muss das jeder gewechselt haben oder was keine ahnung habe ich einen anderen getroffen anstatt dem gegner ey dem boss ja klar springt über ey denkst du der geht runter nein hier ist doch irgendwo was blaues alter so perfekt im dunkel ey das ist wahnsinn das ist wahnsinn das ist ja ja die du bist der weg ist nochmal keine ahnung 10 20 minuten dauern die folge ist gleich zu ende ich glaube in derzeit weiter und der nächste folge ja geht weiter mit der jakie und dann kriegen wir bestimmt den gegner also ich verabschiede mich erstmal für diese folge den kriegen wir jetzt in dieser folge leider nicht immer tut mir leid aber gut hier oben sind wir im moment etwas sicher wir sind mal runter gehen dass du nicht einfach so runter springen kannst dann so wir verabschieden uns erstmal für diese folge und dann in der nächsten kümmern wir uns dann um den noch also bis zum nächsten mal ich brauche mal eine kleine pause was gut bis gleich oder bis morgen oder wie wir machen wieder sehen